Moin ihr Lachse und herzlich willkommen bei IMP-TV. Heute gibt's Deko-Waffen. Habt dafür! Die erste Waffe ist 71 cm lang und besteht aus Holz und Metall. Der eiserne, aufwendig verzehrte Griff, aber vor allem der edle, schwere Axtkopf machen diese Doppel-Axt zu einem Muss für jeden Wikinger. Die Axt der Walküre, authentisch vom Anfang bis zum Ende. Der Drachendolch, die 19 cm lange Klinge, ist gezackt, um selbst Drachen zu Boden zu bringen. Durch den Drachengriff liegt der Dolch gut in der Hand und ein hochwertiger Ständer bewahrt die Waffe auf, bis zur Rückkehr der Drachen. Das Schwert für Assassine. Ergonomisch perfekt verarbeiteter Griff, eine spezial angefertigte Scheide und eine Klinge aus edelstem Stahl. Das Schwert für wahre Schwertkämpfer. So, jetzt wisst ihr alles, was ihr über die EMP-Deko-Waffen wissen müsst. Wenn ihr dieses cooles Schwert hier gewinnen wollt, dann bleibt dran, denn das wird gleich noch verlost. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like oder ein Abo. Geht auf emp.de, um diese Waffen und natürlich allen anderen coolen Merch zu kaufen. Hier sind noch ein paar EMP-TV-Videos und da oben haben wir unsere Social-Media-Kanäle verlinkt. Um dieses Prachtstück hier zu gewinnen, schreibt einfach in die Kommentare, welche von den drei Waffen eure Lieblingswaffe ist. Ich freue mich auf eure Antworten. Ich bin Matt Eagle und ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.